Nachdem die letzte Reaction auf Fabio Wiedmer so super angekommen ist, ziehen wir uns heute ein Best-of Fabio Wiedmer. Ja, dieses Mal sage ich auch seinen Namen richtig. Fabio Wiedmer rein und das ist das Best-of von 2019. Ich bin sehr gespannt, was da alles so vor kommt. Ah ja. Ich bin sehr gespannt. Okay, das wird episch, Leute. Das wird auf jeden Fall episch. Danke. 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 Oh mein Gott. Und jetzt haben wir uns spontan auf der Ridingstisch gedrückt. Jo. What? Das sind die Kräfte. Sehr gut. Wir sind gerade Red Bull Rampage live vor Ort. Und jetzt handeln wir euch mal mit auf so eine Show. Jetzt sind wir tatsächlich bei einem der berüchtigsten und bekanntesten Spots. Es gab ja mal aus der Skate-Szene. Oh ja, da ist er ja runtergesprungen. Hier, von der Treppe ist er runtergesprungen in dem Video, auf das ich reagiert habe. Übrigens mein meistgeklicktes Video, glaube ich, auf meinem Kanal. Also, ja. Ihr glaubt gar nicht, was alles so krank ist. Ich kann es euch auch mal hier... Ich sage es immer. Ich mache immer den. Ich nehme immer die falsche Seite. Da oben ist es jetzt auch verlinkt. Im letzten Jahr passiert es. Oh ja, die Musik ist schon episch. Die selbe Musik hält in meinem Gym jetzt. Scheiße, einfach nur... Süßen Arsch hat der Junge ja, ne? No homo. Oh ja, das war krank. Da ist er auch... Da ist er auch einmal... Leute... Da, gegen diese Laterne ist er einmal gecrasht. Gegen diese Laterne, man sieht es jetzt leider nicht so gut wegen der Facecam. Aber da ist er gegen gecrasht einmal. Alter, einfach nur krank. Da ist er also... Oh, der Security, man. Oh, der Security, man. Oh, das war ja echt. Oh, der Security, man. Oh, da hat er echt. Ja, kein bisschen knapp. Ne, ich bin's jetzt da. Weltfilm, Memradl vom Haustach irgendeine Runde zu machen. Ich glaube, heute ist es so. Memradl, das ist ja lustig. Ist der, glaube ich, Bayer oder Schweizer oder so? Memradl wird da runtergesprungen vom Dach. Memradl. Laubras Julio kenne ich ja auch. Boah, Junge. Yo. Das wird jetzt Basketball-Trick-Shots. Boah, Alter, mit dem Rand, das war ja auch kein bisschen knapp, oder? Kein bisschen knapp. What the fuck? Abgeräuscht. Boah. Oh, shit. Boah, solche Crashes, die kann ich gar nicht ab, ne? Das kann ich immer gar nicht ab. Das kann ich gar nicht ab. Oh, scheiße. Weil ich fühle das so richtig, ich fühle das richtig mit. Ich habe früher so Hockey gespielt. Ich habe jetzt auch, das passt ein T-Shirt dazu an. Und da war es auch immer so, Alter, wenn jemand gekommen ist und den anderen so richtig so bam umgescheppert hat, so richtig umgeklatscht hat. Puh. Üble Sache. Ganz üble Sache. Boah. 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 Aber er steht direkt wieder auf. Back on the back foot. Yo. Einspannend. Easy, oder? Heard that coming is the shit that you put a ring on. Was? Was? Das war ja mal anders krank. Boah. Das ist ja anders krank. Hoho. Die Szene kennen wir aus meinem Reaction-Video? Stark. Einfach so stark. Ja. Ah ja. Ja. Ah ja. Sind wir gerade beim ersten Spot. Zweiten Spot. Drei eigentlich? Ja, das ist schon 30. Yo. Gelände es 30. Spaß, wie kommt? Let's go. Ah ja. Verrückt. Ah ja, da ist auch noch was runtergefallen vom Parad. Guckt mal an, wie er gleich aufkommt. Passt mal auf, Leute. Guckt euch das an. Boaah. Yeah. Yeah. Woo. Yeah. Anders grad. Das war grad unbeschreiblich geil. Das war zwar mega sketchy, aber den will ich nicht mehr machen. Alter, krass, dass er auch mit dem... Ich glaube, das ist ein BMX-Rad, ne? Dass er damit auch so krankes Giltz hat, ey. Oh. 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 Ach, der Klassiker. Wenn ich keinen Fahrradplatz bekomme, dann mache ich das auch immer. Einfach aufs Hinterrad, einmal raufspringen und dann darüber hüpfen, bis ich den Fahrradplatz, den Fahrradstellplatz gefunden habe. Hahahaha. Insane. Cool. Das war eine coole Transition. Okay, jetzt ein bisschen entspanntere Serie. Können wir ein bisschen unterkommen, Leute, ein bisschen ausruhen von dem ganzen Stress, von seinen ganzen Sprüngen und alles. Macht's euch bequem. Geile, wir sind eigentlich dort. Kanada? Hier, wo? Wo genau, wissen wir selber nicht. Okay, es geht wieder los. Boah, zwei Meter ja im Preis. Aber auch verdient. Sowas von verdient. Sowas von verdient. Auch das ist sehr positiv. Wenn das nicht klar ist, Wie bist du da? Das ist ziemlich wichtig. Willst du mal herère, ich auch d Satan zu verraten. Ich glaube, es soll dich doch nicht anders sein. Ja, das ist das ein bisschen wichtig. Ich glaube, das ist so schlimm. Ich glaube, es soll mich nicht nicht anders sein. Oh! Oh! Decker klingelt! Oh! Super! Ist er perfekt? Ja! Perfekt! Boah! Ja, der Sturz! Uff! Ah ja stimmt, er hat sich dieses Jahr... Oh ja, das ist der... Oh nein! Das ist der Crash! Das ist der Crash! Das ist der Crash! Oh nein! Nein, nein, nein! Das kann ich mir gar nicht angucken! Digga! Boah! Boah! Hätte er da keinen Helm aufgehabt! Tot! Tot! Ja, das ist das! Ja! Oder auch nicht! Oder? Nein! 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 Oh ja! Oh! Das auch einmal getrashed! Ist es der? Ne! Fabio, also du bist einfach also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber das ist einfach nur krank einfach nur Respekt einfach nur Respekt was? Stein fährt auf der Rolltreppe hoch, auf dem Geländer Digga, mit dem Fahrrad, ja Ja, Mann. Ja, Mann. Boah, shit. Ey, echt crazy. Ey, dass der sich nicht schon alle Knochen gebrochen hat, ist auch ein Wunder. Boah, ich bin verrückt. Boah, ja, das ist echt krank. Ich bin straflos, ey. Oh ja, den meinte ich. Okay, Leute, absolut einfach nur krankes Highlight-Video. Ja, checkt den Jungen auf jeden Fall aus. Ab in der Beschreibung ist dann natürlich verlinkt. Und jetzt bleibt nur noch eins übrig. Ihr müsst ein Video für mich supporten. Und zwar dieses Video, was ich jetzt hier verlinken werde. Klickt da drauf und teilt es mit ungespielt. Wenn ich verliere, dann bekomme ich eine Glatze. Zieht es euch rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.